Balance Swing ist ein neuer Fitnesstrend und der hat Österreich erreicht. Seit knapp einem Monat gibt es die erste österreichische Trainerin dieser Sportart mit dem Mini-Trampolin. Gelenkschonend ist dieses ganzheitliche Training und für alle Altersstufen geeignet. Wir haben die Expertin und ihre Fans bei einer Trainingseinheit beobachtet. In einem Garten in Eichgraben in Niederösterreich wird heute mit dem Trampolin trainiert. Im Prinzip steigt man einfach in die Mitte. Das sind medizinische Trampolins. Die sind so konzipiert durch das Runde und durch die Bespannung, die die haben, dass man immer in der Mitte aufkommt. Selbst wenn man mal wirklich aus dem Gleichgewicht gelangt, wirft es einen wirklich immer wieder in die Mitte zurück. Nach den ersten vorsichtigen Swing-Versuchen auf der schwingenden Unterlage sind die meisten begeistert. Es ist nicht anstrengend, es ist nur ein bisschen schweißtreibend, aber es ist angenehm. Es ist auch, wenn man dann das Trampolin verlässt, angenehm. Und ja, ich habe halt vorher Schmerzen gehabt und die sind aber jetzt alle weg. Es ist schon ein bisschen anstrengend. Es kommt darauf an, wie intensiv man es betreibt. Und ich betreibe das eigentlich aus fördernder Bewegung, aus der Fitness und als gute Abwechslung zum Fahrrad-Ergometer-Training. Balance Swing ist ein ganzheitliches Trainingskonzept, das die fünf Elemente der traditionellen chinesischen Medizin mit westlichen Trainingsformen kombiniert. Es ist so, dass es ein Drittel der Belastung als beim normalen Gehen ist. Also man ist auf dem Trampolin, wenn man geht oder auch schwingt, so wie wir, in einem relativ hohen Tempo, man immer noch eine geringere Belastung hat als beim normalen Gehen. Schwingen statt springen, lautet die Devise. Um einen positiven Effekt zu erzielen, genügt ein sanftes Auf- und Abschwingen. Mindestens ein Fuß bleibt in Kontakt mit der Trampolinmatte. Das ist wirklich ein Sportart, was nicht allzu anstrengend ist und das natürlich auch mit diesem Körpergewicht so gut zu machen ist. Und es ist wirklich toll. Mit der ersten österreichischen Balance Swing-Trainerin gibt es im September Kurse in Wien und Niederösterreich. DVDs und Bücher unterstützen die Einsteiger beim Training zu Hause.